Hallo, hier ist Muho aus Osaka. Es geht weiter mit den Fragen. Die nächste Frage stammt, glaube ich, von derselben Person, die, wenn ich mich recht erinnere, irgendwann mal in der Kommentarspalte gefragt hat, ob ich irgendwas über Meditation im Dunkeln sagen könne. Und dieser Kommentar ist dann aber, glaube ich, hinterher verschwunden. Ich habe aber trotzdem gestern ein bisschen was darüber gesagt. Also im Stockdunkeln sitzen wir in Anteil in der Regel nicht. Aber für mein Gefühl kann es manchmal sogar hilfreich sein, wenn es etwas dunkler ist. Und das gilt auch für die Situation im Leben. Oft sind es Situationen, in denen man sich besonders orientierungslos fühlt, wo man erkennt, ich stecke in der Irre und habe keinen Schimmer, wo der Ausgang sein könnte. In solchen Momenten wachen wir auf. Da sind wir wacher, als wenn wir glauben, totalen Überblick zu haben über die Karte und alles ist im hellen Tageslicht. Und dann vergessen wir das gerade, diese Karte, die wir so klar sehen. Das ist, was man Irre nennt. Der Fragesteller, der nach Meditation im Dunkeln gefragt hat, fragt auch oder schreibt auch das Folgende. Kannst du bitte in einer bestimmten Weise vielleicht noch erklären oder das Hilfsmittel geben kann, wie man bestimmte Sachen das Rätsel in einer anderen Art lösen kann? Desto mehr man daran denkt, desto weniger weiß man. Da fällt mir das Sitzen immer schwerer, weil ich die Antwort unbedingt wissen möchte. Also was ich glaube ich in diesen Zeilen ausdrückt, ist ein Gefühl, das wir alle kennen. Wir wollen glücklich sein. Aber je mehr wir das wollen, desto unzufriedener sind wir mit unserer gegenwärtigen Situation. Wir wollen Erleuchtung. Wir wollen Nirvana. Aber genau dieses Bedürfnis, diese Gier nach Nirvana ist ja das, was uns am Samsara angebunden hält. Und deshalb wird immer gesagt, du bist schon im Nirvana. Das Samsara ist das Nirvana. Aber was hilft das, wenn einem das einer sagt und man fühlt es nicht am eigenen Leib? Klingt schön, ne? Okay, Illusion und Erleuchtung sind eins. Klingt ja ganz nett, aber ich will schon ein bisschen mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe, wie es in den Büchern steht. Und der Kommentator weiß, schreibt dann weiter, so zu tun, dass es mir egal ist, in Selbstanlügen bin ich leider schlecht. Also man könnte jetzt versuchen zu sagen, okay, ich will ja gar nicht das Nirvana. Mir geht es ja gar nicht um Erleuchtung. Ich will ja gar nicht glücklicher sein, als ich bin. In der Hoffnung, dass man dann in dem Moment, wo man sich das einredet, diesen Zustand findet. Aber wie der Fragesteller ganz richtig feststellt, da würde man sich nur anlügen. Mir geht es ja gar nicht um Erleuchtung. Ich sitze einfach nur, wer es glaubt, wer es glaubt. Also muss man die Zeit der Zeit haben, dass das Hirn sich aus dem Raum lösen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, was mit dem Hirn, das sich aus dem Raum löst, gemeint ist. Vielleicht befreit wird aus dieser Vorstellung, ich muss dieses Problem erst noch lösen, um wirklich Frieden mit mir selbst zu schließen. Was mir da in den Sinn kam. Und das ist etwas, was auch der Metzinger, von dem ich ja gestern, vorgestern gesprochen habe, der sagt das in einem Gespräch mit dem Skobel, das vor einigen Wochen auf YouTube hochgeladen wurde. Manchmal sagen die Meditationslehrer einem auch, meditiere nicht. Hör auf zu meditieren. Der Raum meditiert bereits. Und statt meditieren kann man hier auch Sazen sagen. Mach kein Sazen. Mach kein Sazen. Denn du befindest dich bereits im Raum des Sazen. Sazen ist bereits da, bevor du den Raum betrittst. Und vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, weshalb man in den Dojo für das Gefühl von manchen so viel Aufhebens macht mit dem Verbeugen, wenn man in den Raum geht und linker Fuß zuerst. Und dann hier so um die Ecke und so weiter. Dieser Respekt, den man dem Raum entgegenbringt, der ja einfach nur ein ganz normaler Raum ist. Das ist vielleicht nur eine Fabriketage. Irgendwo in Berlin-Steglitz. Oder das war es zumindest, als ich als Student in Berlin meditiert habe. Das war eine ganz normale Fabriketage, ein Raum ganz hinten. Warum muss man da groß Verbeugung machen? Das ist ein Zeichen des Respekts darüber, dass man sich bewusst macht, ich bin bereits im Raum von Sazen. Ich betrete jetzt nicht diesen Raum, ein ganz normaler Raum, und dann mache ich Sazen, sondern ich überlasse mich dem Raum. Ich überlasse mich dem Raum von Sazen. Und solange man glaubt, man muss da noch was erreichen, überlässt man sich nicht den Raum. Also, ich würde nicht davon sprechen, dass man sich aus dem Raum löst, sondern in den Raum hinein gibt, sozusagen. Überlasse dich dem Raum. Versuche nicht, aus dem Raum rauszukommen. Das, was du suchst, ist nicht auf der anderen Seite der Wand. Überlasse dich dem Raum. Oder muss man einer bestimmten Zeit das Rätsel sich selbst nochmal fragen. Also, sollte man sich die Frage, diese unlösbare und oft auch unstellbare Frage, eine Frage, für die man eigentlich gar keine richtigen Worte hat, muss man sie sich vielleicht immer wieder stellen. Wie zum Beispiel, wenn es Abend ist. Das erinnert mich an das, was ich gestern gesagt habe, beziehungsweise heute ganz am Anfang. Stell dir die Frage, beziehungsweise erlaubt der Frage, dich in Frage zu stellen. Stelle dich der Frage. Die Frage ist nicht etwas, was du stellst, sondern du musst dich der Frage stellen und erlaubt der Frage, die Kerze auszupusten, sozusagen. Und dann sitzt du im Dunkeln. Okay, wir haben noch Zeit für eine Frage, glaube ich. Eine kurze. Wie steht es im japanischen Zen eigentlich mit der Achtung, Gleichberechtigung vor einer Frau? Wie werden die buddhistischen Ordensregeln in Japan angewendet? Gibt es dort auch Extra-Regeln für Bikunis? Bikunis sind die weiblichen Bikus im Theravada-Buddhismus. Und im Theravada-Buddhismus gibt es, glaube ich, so um die 248 Regeln. Für männliche Mönche, aber bei den weiblichen Nonnen ist es komischerweise so, dass es fast doppelt so viel gibt. Also um die 500. Hat auch damit zu tun, dass, ja, Frauen haben ihre Tage, dann gibt es ihr Regeln dafür, was sie während der Menstruation tun sollen und was sie nicht tun sollen. Und es gibt, glaube ich, diese recht amüsante Regel, dass wenn auf dem Bettelgang oder so da eine Frau ist mit dem Baby und da gibt der Nonne das Baby, weil sie zum Beispiel keine Muttermilch hat, und sie bittet die Nonne, das Baby zu stillen, selbst wenn die Nonne dann über Muttermilch verfügen sollte, darf sie das Baby nicht nehmen und stillen. Das wäre dann ein Verstoß gegen die Regeln. Und solche Regeln gibt es dann natürlich für Männer nicht. Aber das ist wahrscheinlich nicht die einzige Erklärung, warum es so viel mehr Regeln gibt für Frauen als für Männer. Und in Japan werden die traditionellen Theravada-Regeln nicht verwendet. Also jede Schule in Japan hat da, glaube ich, verschiedene Regeln. Der reine Landbuddhismus hat zum Beispiel überhaupt keine Regeln. Und besonders im reinen Landbuddhismus ist, glaube ich, die Gleichberechtigung zwischen weiblichen Lehrern und männlichen Lehrern besonders fortgeschritten. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Prozentsatz von weiblichen Priestern, also Priesterinnen, im reinen Landbuddhismus besonders hoch ist. Im Zen sind es mehr, deutlich mehr männliche Priester als weibliche. Aber zumindest formell sind sie gleichberechtigt. Sie haben dieselben Regeln. Konkret erhält man bei der Ordination 16 Regeln. Das sind zunächst mal die drei Zuflüchte. Also eigentlich keine Regeln, sondern Zuflucht zu Buddha, Dharma, Sangha. Das sind die ersten drei. Die nächsten drei ist, ich will alles Gute tun, mich vom Schlechten enthalten und alle lebend leidenden Wesen erretten. Das sind die nächsten drei. Und dann die zehn Verbote. Verbote. Nicht töten, nicht lügen, nicht stehlen, kein Alkohol und kein Sex. Und dann noch fünf weitere. Zum Beispiel nicht selbst loben, nicht andere kritisieren, nicht schlecht über Buddha, Dharma und Sangha reden und noch zwei andere, die ich jetzt nicht parat habe. Und das ist dasselbe für Frauen und Männer. Also wenn es nur um die Regeln geht, da gibt es keinen Unterschied hier in Japan. Okay, danke fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder. Tschüss.